Grüß euch meine Freunde, es ist wieder soweit, jetzt ist Prepperzeit. Ja, grüß euch meine Freunde, wir sind am Dachboden oben, heute Notfallklamotten, die zweite quasi. Die erste Ausstattung war billig, aber noch billig und keine Ahnung und ich habe hauptsächlich welche. Unten im Keller ist das natürlich, wenn man das länger lagert, auch nicht das Beste, man bräuchte da eben trockene Räumlichkeiten. Das ist bei mir jetzt der Dachboden und da habe ich mir jetzt da im Schrank ein bisschen Platz geschafft, das schauen wir jetzt noch an. Und dann stelle ich das Zeug einzeln vor, ja und dann könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr davon halten tut, tut, halten tut. Ja, so sagt man das bei uns. Gut. Ja, das ist quasi das Innenleben vom Schrank, da passt noch viel rein. Ja, so schaut es aus. Hose-Licht separat, das ist meine, ja, für die Arbeit damals schnappen und weg. Ja, für ein, zwei Tage Tasche war das. Ja, und da oben haben wir dann noch das neue Equipment, ist natürlich nicht fertig. Ja, stellen wir dann auch einzelne mal vor. Aber es soll ja nicht mehr so viel am Körper dran sein, weil es halt einfach ein bisschen umständlich ist und ist der Gürtel. Aber ich nehme da schon wieder zu viel weg. Ja, dann hätte ich gesagt, fangen wir mal an. Nummer eins. Es ist Langarm-Unterhemd. Und zwar ist das jetzt aus 100% Baumwolle. In meinem Notfallrucksack habe ich natürlich Merino-Wolle drin, dadurch, dass man da, wenn man die Länge an hat, nicht gleich so müffelt. Ja, ich bin jetzt da nicht von der Firma unterstützt worden. Und ich habe mich jetzt da an Arbeiter orientiert, die was quasi die Firma Tag ein, Tag aus benutzen. Die einen waren zufrieden, die anderen waren weniger zufrieden. Natürlich ist das jetzt nicht die beste Ausrüstung, aber das können wir zum Schluss machen. Also wie gesagt, einmal Langarm-Unterhemd. Ja, das nächste, ups, wäre dann einmal mein Hemd. Und zwar natürlich auch Langarm. Der Vorteil bei diesem Hemd, wenn ihr es erkennen könnt. Es hat hinten quasi eine Öffnung, dass wenn ihr da schwitzt, dass dann quasi die Dämpfe entweichen können, damit das Hemd nicht so schnell nass wird. Und zwar vom Material her ist es nicht reine Baumwolle, sondern synthetischer Stoff mit drin. Und zwar, also ich muss da nachschauen, ich merke mir das jetzt nicht. Wir haben hier 65% Polyester und 35% Baumwolle. Und zwar, wenn es nass wird, wird es auch ziemlich schnell wieder trocken. Einmal ein Hemd, ein Pullover. Und zwar hat der 70% Polyester und 30% Polyethylen. Hat auch so einen praktischen Ärmelschutz mit dabei. Also zu dem Teil muss ich sagen, hält ihr sie nicht warm. Ich habe ihn schon angehabt. Und der Vorteil ist, wenn der mal nass wird, also der wird auch ziemlich schnell wieder trocken, muss man sagen. Ich hätte es nicht gedacht, dass der innerhalb von einer knappen halben Stunde wieder trocken ist. Und zwar könnt ihr euch das einmal ein bisschen genauer anschauen. Ihr müsst ja den Film ganz einfach mal anhalten, dann könnt ihr das ein bisschen durchschauen. Das mit der Nässe-Schutz, Atmungsaktivität und so weiter und so fort. Ja, da machen wir dann gleich mal weiter zum nächsten. Das wäre jetzt quasi meine Vliesjacke. Natürlich in dezenten Grünkalben. Wie ihr es da vielleicht sehen könnt, dreifach Naht. Sehr robust. Jetzt müssen wir natürlich noch nach dem Material schauen. Habe ich jetzt diesmal nicht vorher gemacht. Und zwar haben wir hier 100% Polyester. Guck mal, das ist mit meinem Kopf. Wenn es da drehen wir richtig, genau. So, das nächste wäre natürlich meine Jacke. Auch wieder dasselbe. Wir haben hier eine Dreifach Naht. Und ja, dementsprechend haben wir ein Heftchen dabei zum durchlesen. Ich muss immer sagen, interessiert mich gar nicht. Natürlich haben wir hier wieder was wichtig ist mit Kapuze. Die ist zum Abnehmen. Und hier habt ihr natürlich auch wieder eine Dreifach Naht. Ja, das Ganze wird dann so gehandhabt nach Zwiebelschau im Prinzip. Je mehr Kleider, desto wärmer. Ausziehen könnt ihr es immer. Bloß wenn ihr einen ganz dicken Wintermantel habt und ihr schwitzt da drunter, ist es ganz schlecht. Bloß wenn ihr einen habt, könnt ihr auch bloß einen ausziehen. Und da könnt ihr die Schichten dementsprechend dann akklimatisieren, wie die Verhältnisse draußen sind. Ja, jetzt kommen wir noch zur Hose. Das ist ja ein bisschen ein Handicap, muss ich sagen. Tja, aber schaut sich an. Da haben wir wieder die Hose. Ja, jetzt ist halt der Preis einmal mit drauf. Aber bevor ihr mich fragt, für was der Zettel ist, ist extra abriebfest und Dreifach Naht steht da drauf. Ja, der Nachteil ist, von der Hose, sie ist, ja, also ich muss ja sagen, er hat einen Kürtel mit eingebaut. Finde ich auch nicht schlecht, aber das Ding ist ziemlich warm. Im Sommer werde ich da wahrscheinlich meine Probleme haben, aber ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Ja, ich habe es zwar schon mal, aber da haben wir später jetzt ziehe ich mich erst einmal um. Ja, so, jetzt werde ich fertig die Zwiebel angezogen. So schaut es jetzt aus. Also, spielen tut ihr da normalerweise nicht mehr. Was haben wir da oben drin? Und zwar, haben da ein paar Angelhaken drin. Luxusdosenöffner, normalerweise könnt ihr das Ding wegbrillen, uninteressant. Und dann einmal japanisches Halbpflanzenöl. Ich habe mir jetzt einmal vorgenommen, die Taschen natürlich nicht mehr so voll zu packen. Da ist gar nichts drin. So, einmal drunter. Muss ich mir erst selber mal durchgucken. Ja, doch, da haben wir noch was drin. Das war einmal ein kleines Verbandsbäckchen von der Bundeswehr. So, jetzt ziehen wir mal die erste Zwiebel aus. Einmal die normale Fließjacke. Was sind wir da drin? Da haben wir einmal unser Erste-Hilfe-Kit. Das habt ihr ja schon gesehen, was drin ist. Moment, Erste-Hilfe-Kit ist nicht so ganz richtig. So, wie sollte man eher dazu sagen, so ein kleines Notfall-Set. Ja, aber wie gesagt, ich habe das schon dran gebracht. Wenn ihr müsst euch durchklicken, ist auf jeden Fall schon ein Film gebannt. Dann brauchen wir das nicht mehr dran bringen. So, was haben wir auf der anderen Seite drin? Und zwar, ich weiß, ist nicht das Beste. Einmal Magnesium-Feuerstarter. Zweimal Halsbonbons. Das sind Wasser-Aufbereitungs-Tabletten für, was hat er da hingeschrieben, 120 Liter. So. Dann haben wir ja da oben noch eine Tasche. Ja, das ist jetzt neu. Das habe ich auch in meinem Rucksack mit drin. Und zwar, ähm, soll ich da noch mit rein? Ja. Ein Antipaktial, ein Antipaktial, ja, ihr wisst, was ich meine. Und zwar, irgend so ein Tuch und Abenschutzmaske. Und zwar die etwas bessere Ausführung mit Aktivkohle. Ja, natürlich einschweißt, ewig haltbar. Schaut jetzt natürlich nicht so ganz mehr von der Form her aus, aber das könnt ihr garantiert wieder auseinanderbieten. Das wäre jetzt ein Fall der Fälle, wenn ihr jetzt zum Beispiel durch radioaktiv verstrahltes Gebiet müsst, oder wo dementsprechend nach einem Atombombenanschlag der Vollout runterkommt. Ihr solltet ja da die Schwebstoffe nicht einatmen. Ich habe da in meinem Rucksack noch einen Überzieheranzug dabei, einen Einmalanzeherzug, und den müsst ihr dann auch wegschmeißen. Es ist ja eigentlich, also die Strahlung könnt ihr nicht beseitigen, mit egal was ihr da anzieht. Da braucht ihr schon ein bisschen Stahl, Betonwände dazwischen. Sondern das Wichtige ist, dass eben eure Schilddrüse sich nicht mit diesen radioaktiven Stoffen anreichern kann. Also deswegen auch das, werden die Jodtabletten ausgegeben, dass die Schilddrüse damit gesättigt ist. Aber wie gesagt, das ist ja ein Mal anderer für mich. Man muss jetzt nicht alles da so aus dem Kopf belabern. Ja, halt, da habe ich ja noch was. Da habe ich noch was. Das habe ich mir mal gekauft. Und zwar gut und günstig. Da ist jetzt nicht wirklich etwas Neues drin oder zugepackt worden von mir. Das sind einfach, und zwar das ist drin. Wie gesagt, das sind ja nicht bloß unbedingt Fluchtklamotten, sondern das sind jetzt auch Notfallklamotten. Wenn ihr jetzt mal schnell euren Kumpel oder irgendwas helfen müsst, auch im Winter, wenn ihr rausfahren müsst, dann schmeißt ihr das Zeug einfach rein. Rausschmeißen könnt ihr es immer, wenn ihr es nicht braucht. Aber Hauptsache habt ihr es mal dabei. Und zwar war das so ein kleiner Fall bei mir. Ich habe da einen Anruf gekriegt, in der frühen halb vier. Er ist mit dem Auto liegen geblieben. Er hat hinten Bienen 33 Kästen. Ich soll den mit meinem Jeep abholen, weil ich kann die drei Tonnen ziehen, weil eben dreieinhalb Tonnen. Ja, also Notfallklamotten an und weg. Ja, da achtet er nicht mehr viel drauf, was er da mitnimmt. Und da ist das ganz praktisch, wenn so ein Equipment dabei ist, bei Bienenabladen quetscht, dann sicherlich hast du in deinem Aura noch so einen Kasten und sowas drin, aber er weiß ja nicht, was du dabei hast, hast du es dabei. Jetzt dieser schöne, kuschelige, warme Pullover. Ich möchte ihn eigentlich gar nicht ausziehen. Das ist echt ein super Tragekomfort, muss man sagen. Und da habt ihr dann quasi das Hemd mit dem dementsprechenden Langarmshirt. Das Hemd könnt ihr dann auch noch ausziehen im Sommer. Braucht man ja nicht unbedingt dann mit Hemd rumlaufen. Ja. Ich bin schon mal gespannt auf so einen Einsatz, aber ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem neuen Equipment. Hab ich dann aber, da hab ich noch irgendwas drin. Ihr seht schon, so oft ziehe ich das nicht an und schaue da nach, oh, das ist sogar mit Reißverschluss. Das heißt, ihr könnt es auch nicht verlieren, wenn es aufhängt. Das hat der Herbert da drin. Und zwar hat er, naja, ich weiß nicht, hat er einmal ein Kreuzler drin, einmal ein bisschen Zahlungsmittel und noch so ein Einmal-Anzinder. Dann kommen wir zur Hose. Also wie gesagt, ich bin schon gespannt in der Hose. Klamottentechnisch kann man sich ja ausziehen, aber Hose, wenn es bloß eine warme hast, ist das schlecht nicht. Ja. Hose. Ich habe jetzt tatsächlich noch einen Gürtel gebraucht. Aber später nimmt man ja dann dementsprechend auch ab. Aber lassen wir das Thema jetzt. Messer kommt natürlich ein anderes hin. Ich habe jetzt bloß kein anderes da gehabt. Was hat man in die oberen, in die oberen Fächer drin? Und zwar, die habe ich mir auch gleich mit dazu geleistet. Handschuhe. Natürlich sind im Rucksack noch mal Reservehandschuhe drin. Aber das war jetzt noch bei der Klamottenausführung mit dabei. Zwar habt ihr hier unten Leder. Und dann auch dementsprechend, dass ihr euch nicht aufschürfen könnt. Also Leute, für mich, einmal so zu erwähnen, war das Ganze nicht billig. Ich habe jetzt da ein ganzes Jahr dran, nebendran, sparen müssen, dass ich mir das leisten habe können. Und dann musst ihr dann auch wieder Abstriche machen. So. Was haben wir da oben drin? Da gehört normalerweise noch euer Geldbeutel rein. Einmal Uhr, selbst aufziehend. Ganz wichtig. Dann haben wir noch drin, haben wir noch was drin. Aber das ist ja eigentlich wurscht. Einmal Goldringe, zum Zahn. Hier hinten mein Käppi. Aber dieses Käppi, also ihr könnt euch ja dann auch ein bisschen erkenntlich zeigen, wenn ihr das wollt. Oder auch nicht. Einmal die Ohren geschützt, für den Winter. oder Blankos. Ja. Habe ich natürlich im Rucksack auch noch welche dran. Aber, aber, die können sich schon erkennen. Na ja, lassen wir das. Ja. Dann geht es in dieser Tasche weiter. Also Taschen sind ja echt ganz nett. Aber ich muss auch mal ein bisschen tiefer einstellen, Freunde. So. Mal die voller Tasche. So. So. Jetzt habe ich irgendwie meine Kamera umgeschwenkt. dann habe ich mir noch dazu gekauft allerdings leider keine sonnenbrille sondern das ist eine dementsprechende schutzbrille wenn ihr jetzt nachts zum beispiel durch den wald müsst dann macht sich das auf jeden fall besser wenn der ast an der brille hängen bleibt und nicht dann bei euch im auge hängen bleibt dann habe ich noch drin einmal Traubenzucker ein bisschen magnesium ich weiß man könnte auch was anderes da rein tun aber ich brauche dementsprechend auch halt immer mein aknesium na komm her und einmal einen lippenbeisam stift dann in den unteren bereich wo die knieschoner sind also ich finde knieschoner echt super ich benutze die dinge auch ich habe da auch in meinem rucksack welche drin allerdings hier in diesem paket hier müssen wir noch ein wenig tiefer stellen hier in diesem paket sind keine knieschoner drin ich hätte auch lieber die seitentaschen gehabt allerdings ist da immer das problem gewesen dass da an der seite leuchtstreifen dran waren und leuchtstreifen sind für uns eigentlich schlecht also einmal feuchttücher das ist ganz wichtig dann haben wir da noch einmal den handschuh für links genau das habe ich mir auch noch dazu gekauft einmal im winter für den kopf eine sogenannte schneemaske und zwar ist die schneemaske aus 84 prozent polyester und 16 prozent elasten dann können wir aussetzen ja aber wir machen erst einmal die andere tasche und somit ist die polster tasche schon wieder mit etwas anderen genutzt worden da haben wir wieder einmal feuchtes toilettenpapier den anderen handschuh ach ja da haben wir so einen dementsprechenden schal aber wie gesagt da muss man jetzt eine andere einstellung machen einmal zu unserem schal so der kommt dann da drüber den könnt ihr dann richtig schön einarbeiten wenn es kalt ist könnt ihr das auch drüber ziehen für die kälte die nächste alternative wäre wo haben wir es die sogenannte schneemaske so jetzt muss ich mich selber machen schauen ok habe ich jetzt so auch noch nicht aufgehabt was soll es nicht wissen wenn ihr das dann nochmal drüber macht und dann haben wir euer Käppi mit zusätzlich dem Ohrenschutz und dann den Pullover oder besser gesagt euren Fließjacke, Fließweste oder Pulloverkragen noch zumacht also dann dürft ihr eigentlich nicht mehr frieren wenn ihr dann noch friert dann habt ihr sowieso andere Probleme wie das euch der Kopf abfriert weil vorher sind eure Füße und die Finger eingefroren weil da in der Hinsicht habe ich keine so guten Handschuhe an so dann machen wir mit ihr seine gleich weiter wie gesagt oben haben wir den Handschuh drin hier haben wir dann noch ein paar Seitentaschen da haben wir einmal unseren Feuerstall dann habe ich hier auch eine aufziehbare und selbst aufziehende Taschenuhr einmal Nasenspray also für mich persönlich nicht ganz wichtig sonst hätte ich es nicht Entschuldigung nicht eingepackt so jetzt müssen wir wieder ein bisschen ein bisschen rumspielen aber egal dann was ich da noch drin habe eine ganz einfache Stirnlampe geht natürlich jetzt nicht und zwar Batterien sind zwar drin aber die müssen natürlich auch alle alle Jahre immer austauscht werden und zwar kleiner Schnipsel drin Schnipsel rausziehen zumachen und dann muss es funktionieren ist also ziemlich einfach ihr habt Starklicht Schwachlicht Blinklicht und ich habe eigentlich gedacht dass das Blinklicht auch da Licht ist und dann habt ihr auch und dann habt ihr auch und dann habt ihr auch noch ein dementsprechendes Rotlicht ja mehr braucht man einfach nicht dann habe ich da eine zweite Zeckenzange jetzt wird es ein bisschen kriminell einmal Zahnseide und zwar brauchen wir die nicht bloß für die Zähne sondern auch dementsprechend können wir da mit unserem Angelhaken was wir dabei haben gut arbeiten aber was jetzt eigentlich noch fehlt wo fehlt es denn wo fehlt es denn ah das habe ich woanders da einpackt gut und das gehört zu meinem anderen Equipment dazu aber dazu eigentlich äh ja äh anders meine ich ja was ich noch dazu tun will ist einmal Propolisstinktur und zwar wenn ihr offene Wunden habt oder wenn ihr Entzündung habt dann gehört das drauf ein paar Tropfen vor allem bei den Zehen wenn ihr da Probleme kriegt ganz schlecht beim Laufen ihr werdet das bestimmt schon mal selber am eigenen Leib erfahren haben wenn ihr offene Zehen habt ja wenn ihr das nicht dabei habt wird das schlimmer und ihr müsst halt einfach auf eure Füße laufen ja und deswegen einmal Propolisstinktur allerdings die kriegt es nicht zu kaufen ist ja selber gemacht eben und zwar ist der 75 wollte ich sagen 50 Prozent Propolisanteil mit dabei in Alkohol gelöst ja und das kommt bei mir noch in die Tasche rein ja dann wäre auch der Film einmal zu Ende dann sage ich einmal Dankeschön an der Stelle dass ihr bis zum Schluss dranbleibt seid ja bis zum nächsten Breber Film ähm ja als nächstes möchte ich dann meinen neuen Gürtel vorstellen aber der ist noch nicht ganz so fertig das dauert noch ein bisserl aber ich denke mal bis zum nächsten Film werde ich das schon schaffen ja und dann möchten wir einmal einen Sommerausflug machen ich hoffe ich denke ich meine vielleicht geht die kleine Tochter wieder mit und dann werden wir mal wieder das Wochenende draußen verbringen allerdings muss sie dann mit ran nichts in der Wohnung und dann werden wir das ganze mal ausprobieren ja also bis zum nächsten Mal wenn ihr meint wenn ihr meint an der Klamotte ich kann mir noch ein bisserl was äh verbessern also was noch mit einem Mann muss aber wie gesagt es ist eh schon viel zu viel drin könnt ihr Kommentare reinschreiben und ähm Klamottentechnisch denke ich jetzt einmal vom Equipment und von der äh ich sag einmal von wie sagt man von der Skala von 1 bis 10 denke ich jetzt einmal ja befinden wir jetzt so in einer guten 7 ne also man könnte natürlich nach oben noch ganz andere Klamotten sich anschaffen aber wie gesagt vom Preis äh Verhältnis her ist das jetzt so mein Maximum was ich da investiere also das bleibt jetzt auch so ähm ja ich hab's jetzt deswegen auch kein Tarnfleck weil wenn ihr dementsprechend unterwegs seid äh sollte man sich ein bisschen vom Militär unterscheiden als Zivilist und äh in der Masse dementsprechend auch untertauchen können dass man nicht ganz so auffällt ähm bei dementsprechend Kontrollen eventuell wobei man das ja allerdings äh immer meiden sollte aber das wisst ihr ja selber ja ja und dementsprechend auch ein leichtes Grün fällt auch im Wald nicht so auf und was dann noch hinzu kommt äh jetzt ja jetzt lieg ich drauf äh man kann es auch als Hecher benutzen ne und wenn ich jetzt ein Notfall habe wie beim Bernd ähm das ist ganz einfach die Klamotte anziehen da könnt ihr auch ins Gasthaus gehen ähm für die anderen fällt das jetzt gar nicht so auf äh sondern seid ihr halt Arbeiter Waldarbeiter oder vor der Gärtnerei Landschaftsgärtner die haben ja auch dementsprechend Grün an ähm da könnt ihr euch dann auch im Normalfall dann wieder draußen bewegt liegen äh bewegen ohne dass ihr auch zur jetzigen Zeit draußen auffallen würdet also öffentliche Verkehrsmittel nutzen und so weiter und so fort äh äh wenn er jetzt mit Tarnfleck draußen rumrennt ähm ja also da habt ihr auf jeden Fall guckst du ne fällt da fällt er auf jeden Fall auf und das gilt ja dann auch hier zu vermeiden äh ja also ich quatsch ja wieder viel zu lang ich weiß also bis zum nächsten Mal Daumen hoch nicht vergessen vielleicht Kommentar reinschreiben aber bitte nicht noch äh äh ich spare mir das jetzt also Servus ja was hat der Herr mal vergessen Schuhe ja und zwar was habe ich da jetzt für Schuhe das sind die normalen äh ja Bundeswehrschuhe und zwar sind das getragene Stiefel sollten über den Knöchel hochgehen einmal die Sohle natürlich vorher rausnehmen dann habe ich da noch äh äh ihr kennt das bestimmt selber und zwar äh er nimmt da alle Zewa Rolle schneide die auf stecke die rein dann kann das dementsprechend ausgasen äh oder dementsprechend auch zirkulieren dann habt ihr da keine Schimmelbildung drin egal wie wie es da eben ist aber so habe ich die im Keller gelagert gehabt und die habe ich jetzt nebendang hingestellt bei meinem Rucksack ähm sind auch nochmal Schuhe dran von UPEX äh Bergschuhe auch nochmal in der Form das heißt falls man da oben nicht mehr raufkommt sind da unten auch gleich nebendang Schuhe ähm und dann habe ich noch mein wie vom letzten Mal auch Stiefelmesser ja und somit wäre die Klamotte zumindest einmal abgeschlossen Servus und somit wäre bis zum nächsten Mal mit vielen Hör ich vor bis zum nächsten Mal ich